Flugzeug nun aber ach so ne Mann wenn ich habe immer schon mal weiter den Zaun will nichts geben ich mache jetzt hier fliege ich hab's gut und ach jetzt bist du auch vorhin mal wach so ne Mann ja klar der wird doch wach wenn du abstürzt meine Essen also ich meine hallo mein Essen ist grad weggeflogen alter Vater was ist denn jetzt kaputt holy shit bei mir war es gerade uh blaue Bären bei mir war es gerade so dass ich gekommen bin und sich dann innerhalb von Sekunden die Tageszeit verändert hat oh ich habe in den Kopf gestoßen ich bin gerade ohnmächtig okay jetzt bin ich glaube ich muss deine Schwester schlagen weil die schon wieder Internet klaut Sarah bist du im Internet ja weil der kaut mein Sohnemann ein Sohnemann ist hässlich naja es ist äh ich glaube heute hängen die alle dran doch der Sohnemann so ich bin bin blutig soll ich sagen ich bäume fällen ähm ich bin erstmal für Licht anmachen hier unten überall ja ach stimmt ja wo ich den so lexbyx ja voll das große Ding ja mein gottes Flack hat hier die ganze Zeit das Licht und ich sehe hier in die Richtung muss ich anscheinend drauf ja ähm ich habe ich das falsch gelöscht ich hoffe jetzt nicht alter ich hatte äh ich hab das ist das für ein Ding was ich hier hab hä so 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 ist es denn jetzt dunkel weil's nacht ist hier ohne Raum brennt nacht muss ich erstmal ja heißt ich künder erst mal paar ach ne mal ich bin äh so ja wir sind da wo unsere Namen sind ne ja könnte ein bisschen weit weg vom Flugreich sein ich renne mal ein bisschen und du solltest ohne Licht rumlaufen ne warum soll hier ein Reeskin hin warum schlepp ich denn da mal ein Teppich denn vor mir hier was soll das denn ach hast du den Teppich da vorne an die Wand geplatscht ja ich ich irgendwie läuft der ja nicht immer noch bei mir ey ich werde den nicht los ein Kannibale läuft der die ganze Zeit im Teppich rum ey jetzt sieht so komisch aus ey jetzt ist er weg ah Gott sei Dank ich hab mich schon gewonnen hat guck mal hier muss auch noch großes Feuer hin oh je je warum renni über Kannibalen rum holt mich mal ab wir holen nicht gleich wir müssen erstmal noch fragen ja ah wo ist mein Nachs da so sie ist ja und wie viele Holzstimme ja 380 da ich komme Alter ich sehe gar nix Buben dort und ihren Kannibalen gleich mir können ah ich sehe ich aufgängst viel zu schnell oh Leute kann ja ich bin ich ja dynamisch so warte mal da kann ich einfach durch das Tor Aua ich springe mal aber ein bisschen weiter weg nicht dass wir alles einreißt hier wieso kann ich nicht durch das Tor wo ist denn der Eingang Aua ich bin durch kann ich mich auch an dem großen Feuer verbrennen ja kannst du wo sowas wo bin ich ähm so hallo ja das ist jetzt blöd für dich da wo das Feuer ist da ist eine Achse drin ich habe einen Stein gefunden so eine Spinne nein, Papierspinne Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel wenn ich werde dich töten kann sich gar nicht töten schlimm was ist das denn? ich baue mir einfach mal rumliegen, ey ey, ich habe einen Tennisball ey, ich habe einen scheiß Teppich vor mir leist ey, was ist das? das Spiel hat gerade gar keine Bugs, überhaupt nicht ey warum hängt denn hier ein Mann in der Luft? einfach weil das kann ja hast du etwa was gegen in der Luft hängende Männer? ne, aber ich habe... oh, hier sind überall Kannibalen hast du etwa was gegen Kannibalen? ich habe nur einen Tennisball in der Hand was soll das jetzt bei einer Kannibale? damit machst du ihn bestimmt kaputt er ist runter er ist gegen das Feuer gelaufen genius hallo, helft ihr mir mal? ich bin der Tennisball von 5 Kannibalen komm ran hier, schluck das ich habe nur einen Tennisball abgeworfen er will Schnitzel werden Schnitzel ey, das ist mir schon lästig mit dem Teppich also mit dem, äh... er verliert ja keine Teile aufsammeln, ich habe einen Zahn aufgesammelt kannst du dir an deine, äh... Ach, eins Alter, ich habe einen Kannibale den werde ich jetzt kochen da ist noch einer komm kuscheln und ich habe die Leiche verloren Ach, hier ist der Typ Ach, hier ist der Typ also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt grad ultra verbrenne, wenn ich dann näher dran geh ah, schluck das ist ein Stein warum legen hier überall so viele Steine rum ach so, ich... guck die auch die ganze Zeit hast du immer noch das Problem mit dem Pels, Teppich, äh... durchgehend ja sollen wir speichern und du startest nochmal neu? ja, können wir suchen... Alter, warum legt das denn so mit... ähm, komm mal mit warte mal, äh, genau, ich speich mal im, ähm... ähm, Maul komm mal ran was denn? komm mal ran wie speich... wie speichert man? ja, komm ran ich möchte hier mal kurz gucken hallo 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 ihr seid auf dem Aufs... benutzt man, lass mit E ja, du benutzt Dinge immer, okay ja, ich bin oben so das ist volle Nenia Nenia Mittags kriegt die mir ne Einladung? Also, könnte ich mitmachen ja, Sekunde, bitte ich muss jetzt mal speichern, wenn ich diesen scheiß, äh, ähm, Teppich vor mir äh äh du bist neu raus du bist neu raus? ich hab gespeichert und hier? ja, warte, ich kann grad nicht, warte ich hab mich andauernd so ein, äh, so ein Zäh-Symbol, ich hab Angst, dass das jetzt alles hier äh, äh, löscht, deswegen... ja, du bist fett ja, ich bin der Pizzer-Expizzer-Mann gut, habt ihr gespeichert? gut, habt ihr gespeichert? da rein und dann Zähdrücken da, bei dem Bett oder bei dem Fußboden da ist nur ein Zäh-Symbol da ist nur ein Zäh-Symbol, achso alles klar gut, dann, äh, mich wundern so, ich muss mal in der Neustadt, das ist ja furchtbar hab ich ne scheiß Täppchen noch vor mir ähh du hast noch zu respawn, ne? soo und jetzt noch hier Florian angegründet meh ich hoffe ja trotzdem noch ein bisschen rum ich setz mich so, los für Restos da exit to main menu lalalalalala soo wo haben wir die schöne da haben wir ah, perfekt ich hab dann alles schon sortiert und oh, continue geil vielleicht bräuchte die dann ja auch ja, ich hab euch mal unter äh, The Forest, äh, äh, eingeordnet in der Freundesliste oh, Kati, warte, du heißt bei Steam ja iGreeny, ne? momentan ja aber, äh, Fabi will immer noch, dass ich mich wieder umbenenne weil das ja offiziell sein Account ist ja, aber das ist grad gut warum? das ist grad gut, weil dann kann ich dich erden ich starte trotzdem schon mal, ne? joh, joh 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 so, Hunde Nummer 2 da steuere ich grade irgendwie mit dem Mic oder ist das okay? äh, bisschen knackst ein bisschen knackst ein bisschen hm hm okay oh hm hm okay geh ich weiter weg hast du die Einladung bekommen? ich hab noch keine Einladung äh, ne, ich mein, Kati, die Freundschaftserfrage äh, muss ich gleich gucken, äh, Tobi, ich lade mich sofort ein ja, ist es weg dauert einen Moment so wenn ich drin bin lol, hier heißt ein Server Dahlhausen besser als Clown peace of shit okay weißt du sofort, wo die herkommen, ey Dahlhausen und Disneyland mal ganz anders äh, Tudelplayer annehmen ace warte mal einladen und dann und drauf geklickt ace und continue boah, wir sind auf unserer Plattform doch, so schön die Axt dreht sich wieder oh und ich hab den Teppich nicht mehr, Gott sei Dank so, ich, ich äh, fälle dann mal weiter ja, jetzt ist es schon wieder ein Flugzeug, was soll das tun? erst mal überall Licht anmachen gehen ja, ach so, ja, da, da, ja, ich bin, ich bin schon dabei ich mach hier oben Licht an jetzt bin ich ziemlich schnell abgestürzt, weil ich geskippt hab oh jetzt, eh, lol, wieso bin ich denn jetzt schon wieder ein Flugzeug? ja, hä? hast du nicht gespeichert? doch, hab ich ich hab auch auf continue gedrückt hm hast du C nur kurz gedrückt oder C gedrückt gehalten? gedrückt gehalten ah bis es fertig war, aber jetzt muss ich nochmal einlaufen äh, was, das Essen hier ist immer noch nicht fertig? Arsche hier hab ich das vor drei Tagen aufgehangen, ey äh, zah, jetzt muss ich den Backdach schon wieder runterspringen so einfach rumliegt, obwohl wir hier schon wieder drin sitzen Alter, ich bin fast gestorben, als ich den Back runtergesprungen bin hab ich hier noch irgendwie ein Feuer vergessen oder eine Lampe? Ne, ne? und, kann jemand von euch hier oben was anpflanzen? Ich kann hier oben nichts anpflanzen ich hab doch grad zweimal angepflanzt, äh, so ne, trotzdem nicht, aber ich kann hier oben nichts anpflanzen ich hab gar keine Seeds aber ich muss mal wieder gehen und mir das Katana holen äh, ich glaub ich, also ein Video hab ich dazu gemacht, also du weißt ja wo es ist, ne? ja, ja, da steht ja auch ne Fahne also ich okay so äh, genau, Dynamit nichts geht über Dynamit obwohl von da mach ich das jetzt nicht, weil nicht, dass da alles kaputt geht, heh heh der hat jetzt halt schon ernsthaft wieder mal nicht das, äh, gesprächert, ne? ach so, äh, ist das bei dir zufälligerweise auch Flo, äh, dass der die Farben von den Flaggen nicht speichert? bei mir sind nämlich immer, wenn ich wieder reinkomme, alle weiß da ist wieder das Dorf ja, bei mir auch ich hatte eine Pink gemacht, ich hatte diese mit dem, äh, von dem Katana Pink gemacht und jetzt ist toll wieso fehlen hier auf einmal überall Bäume? hehehehe, hehehehe, ja, hehehe ja, ich hab ja noch Dynamit wir haben hier sonst Initialisten mit Dynamit ja die ganze Zeit Bäume fällt ja, 4 Milliarden Bäume ich mein, wir brauchen ja noch ein bisschen viel Holz ey, bin ich jetzt doof? Wo ist denn jetzt der Dynamit? jetzt will ich nochmal speichern, jetzt jetzt will er wissen, da, ne, hä, wo ist denn, da ah, also bei mir ist es, wo habe ich, ach so, du hast die gerade markiert, würde ich sagen Halli-Hallöchen boah, das sieht voll geil aus mit dem Manns-Millich, muss ich sagen da das hat schon Stil so, nochmal gedrückt halten dann wollen wir mal sprengen colloll vielleicht ist es auch immer wo denn jetztchen Sprenger denn dahin dann kann ich da sofort Holz mit 1 so dass es da nicht gepumpt wird du bist am besten, ich guckt gerade, äh, hier war hier, ja ne, hier ist Knüder, also kann man durchgehen dann, ja, da lehne ich in die Mauer reinsteigen, es ist zu in die Map voll da, eben... Als ob ich mich jetzt verbrannt habe, Freunde, komm, ey. Oh, der ist ein Wert für eine Schäße. Spreng ich... Guck, jetzt reden alle her. Ich habe meinen Tennisball wiedergefunden. Eben. Oh, ich sollte etwas essen und was... Bobby? Ja? Komm mal ran. Wo bist du? Hier, komm mal ran. Oh, ja, wo ist denn hier? Wo bist du? Oh, komm mal ran. Habe ich das Reh hat umgebracht? Ja, hat sie gleich gesagt, als getan. Ich weiß gar nicht, wo du stehst. Hier hinten. Will jemand ein Reh haben? Hier hinten ist der konkret. Hier hinten halt. Da, wo mein Name ist. Hier liegt... Nein. Ach, da hinten? Als ob ich jetzt schon wieder... LOL. Wieso ist denn direkt vor mir in der Nase... Jo, 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 wir können über alles reden, hey. Mann, egal, vollgesprungen. Ich habe doch nur einen Tennisball. Blödi. Geh woanders hin. Ja, ich bin da. Da, nimm dir das Reh. Okay. Also, was zu essen. Ist auf dem Boden. So, ist gut. Boah, ohne Spaß Haftzone spielen kann man einfach nicht bei The Forest. Nein, gar nicht so. Oh, der ist ja noch ein Reh. Oh, mein Gott. Holz, Holz im Dunkeln suchen. Da ist so ein Lichttyp. Ein Taschenlampen-Dude. Oh, nein, das kann ich nicht. Der ist noch ein Kannibale. Hier, friss mein Ball. Oh, mein Gott. Wir müssen das... Ist das eigentlich so, dass... Wir sollten mal den kompletten Ball fertig bauen. Ja. Ja, muss man bei dem was für Tag noch schon haben. Wie lange ich schon auf der Insel rumgammeln. Vor allem rennt er die ganze Zeit an mir vorbei. Aber ich bin doch vollkommen retarded. Werden das immer mehr. Ja, so, aber der steht rum. Der bei mir auch. Geil. Aber warte, den nehme ich mit, dann sehe ich da hinten bei den Bäumen was. Ja, dann steht er bestimmt bei mir auch noch. Oder geht das? Wo liegen wir, die Kackfeuerung? Sieh ich wieder weg, oder was? Oh, Mann. Warte mal, ich hau nochmal Dynamite rein. Nee, warte, warte, hier liegen sie. Ich kämpfe gerade ultra krass gegen keine Wale. Oh. Hihi. Oh. 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 Hey, 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 hey. Hey, wir können über alles reden. Ja, das denke ich mir auch, aber der nicht. Warte. Hat mich getötet. Ach, hier, nicht noch. Zeck. Oh, das ist so praktisch, wenn man oben baut, ne? Aua, ich hab schauen. Ja, weil der Typ schon wieder hier ist. Wo ist der denn? Ich sehe ihn nicht. Ja, rennt total schnell hier rum. Er ist ultra fickig unterwegs. Ja, dann geh mal lieber weg. Wo ist mein Diod mit der Lampe? Alter, da liegen die ganz bonnig. Da ist er. wollen wir die wollen mich wo auch die schnell sind die die sind schnell als jeder andere er hätte jetzt sagen dann könnte ich jemand anpflanzen aber ist quatsch ihr was bringt uns eigentlich der pavillon jetzt noch mal so ausreiten der stück dieser können blinde leute rennen bei allen Dingen immer in meine richtung es ist weiter ich komme nicht raus nein ich habe doch gar nichts getan ich glaube ich noch mal kurz aus ich habe noch ein ich habe ein stein den ich werfen kann kann mich jemand einladen ich musste mich gerade ausloggen ich wollte nur den schlitten abholen gehen wo sind die ganzen loks letzten ich fach mich gerade voll hast du nix zu suchen hast du beide ich habe nur ein hier liegen wir hatten zwei wochen der zweite wir trennen die denn alle hier rum das ist ja schlimm lange spielt ja eigentlich schon es sei gerade ja dann warte ich vernichte ihn habe ihn mit dem kieselstein abgeworfen jetzt habe ich gedacht oh gott da steht er ja so ich komme mal da steht auch schon wieder aber egal ich komme jetzt einfach mit holz kathie kannst du mir eben eine einladung schicken ach so ja mache ich sofort ein eichhörnchen ist vielleicht abzulenken ja mache ich so oder das eichhörnchen faszinierend ich glaube die ganze Zeit habe ich nur wenn ich Hausaufgaben mache da kann ich ja ich auch meine Ruhe 352 danke kathie sehr nett von dir hier steht schon wieder ein kannibaler was ist mit denen los vor allem haben die noch nicht mal was unten im schritt er braucht schon Geschlechtsteile wieso boah gott sei der ähm ich bin gefangen oh 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 komm ran hier ist noch einer kann man hier auch so einen einzelnen Balken kaputt machen wenn man mit der Axt drauf schlägt kriegt man einen Katana muss sie finden können dich gleich dahin bringen äh Sascha ja wo ist du hier bei diesem Ding wenn man äh bei dem äh Haus wenn ich da unten drauf mit einer Axt schlage ja der stört dann diesen einen Balken oder das ganze Haus mhm warte warte willst du unser Haus schlagen ach da ich hab einen Stopp äh he 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 oder soll ich mich lieber nochmal neu an oder ja das ist sicherlich da haben wir ziemlich viele Stunden drangesessen das mal lieber oh das okay könnte mich nochmal jemand bitte kurz einladen fände ich voll nett Fluch Moment 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 da muss Tobi mit äh fleißig Holz sammeln ich hab schon 7 von 8 Sticks äh nicht Stöckchen die großen Baumfächer ich bin tot ah eine Fähigkeit Baum hier ich mach mich nötig ich komme er ist tot darauf erst mal ein Baum fällt ich wente zu dir wo bist du denn gestorben nein nein oh jetzt hast du ein bisschen übersteuert jaja jaja ach ist quatsch Baum fällt ach scheiße fällt in meine Richtung nein du bist komplett tot ja ich wurde halt nochmal zusammen geprügelt ja da können wir jetzt alle das Katana suchen gehen ähm mein Gott Jungs was wollt ihr eigentlich hier verpisst euch ihr habt ihr nichts zu suchen was soll ich denn auch immer das sind zu schwanger jetzt muss ich meine Baumreste finden erstmal die Dudes die immer gegen Wände laufen ey sind am schlimmsten ach hier ist hier ist ein Holz hat Tobi eigentlich schon eine Frau was so Katana hab ich schon mal safe hallo lad mich jemand mal bitte ein das war jetzt mal zu eingeboren ey was ist denn hier los ja ich warte ich brauche mal eben Moment ich fach mal kurz raus warte ich ach da ist die Hütte oh ah da seh ich ja da seh ich mich gut Dankeschön ich bin sofort da ich rende ich rende gerade ich rende ich rende gerade nicht schon wieder was ist denn das für ne Scheiße das ist ein Teufelskreis ich werde hier nie wieder rauskommen oh und Spaß ich bau das von mir aus von alleine wieder auf jetzt egal oh 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 ey ganz da hinten muss ich hinlaufen ach du Schande oh mein Gott das jetzt hab ich ne Tussi vor mir scheiße ja das geht schon wie viel muss man da reparieren jetzt wer verdient jetzt egal ey Katarzer 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 äh soll ich dich abholen kommen wenn Flo und Tobi das Holz weiterholen kann ich dich gerne abholen oh kann das Haus zusammenbrechen wenn da ein paar Dinger fehlen ja deswegen solltest du es nach Möglichkeit reparieren na oh langweilig ok ich brauch Dynamit ey da sich ne Strecke laufen muss ey oh erstmal daneben schlagen hey irgendwie stört jemand beim Essen das wäre jetzt noch wenn ge- alter ist denn hier los alter ich bin nicht los ich hab nicht geflogen ich hab nicht geflogen alter ich bin da oh das war jetzt aber nicht geplant oh glück gehabt oh mein g- wow wow ich habe Dynamit hier runter geworfen kein Baum ist kaputt gegangen so ich hab nicht geflogen äh ja warum hast du denn wenn du den hättchen Baum kaputt machen wir haben dann nicht mal alles Holz eingesammelt so nein das ist ein scheiß nütz nein nein ich komm ach du bist schon wieder tot der Baum hat mich tot getrampelt oh unsere Bäume boah heute ist nicht mein Tag meiner auch nicht ey gestern ging das einfach so äh vorgestern ging das so locker wie ihr halt hat ähm hey achso warum kann ich den jetzt nicht äh jetzt danke bitte bitte ich geh das reparieren ne ne darf noch nicht so erst mal so Suppe hat da jemand seinen Fernseher an? ähm so immer so ich hab's irgendwie dauerhaft voll mehr Energie krass die Frage ist wie kriegt denn das jetzt da dran wer das nicht annehmen also was ist die rote Leiste äh die rote ist dein Leben so die blaue dann Energie was denn wieder herrichten muss ich dafür nach oben ich mir die Hälfte von mir äh jetzt eher suboptimal aber das krieg ich nicht denn nach oben kriegt man die Bäume ja nicht ach das geht aber dazu brauchen wir denn noch noch 320 Bäume ey hohoho weiß ich nix weil gestern waren wir noch bei 504 ja ja ich hab auch angefangen zu sammeln ja ich bin ja auch ein Trainer ne aber man will ja nicht bogeln aber ganz ehrlich ich kann hier nirgendwo was reparieren hat ihr überhaupt gemerkt dass der kaputt ist? eventuell matsch das Ding kaputt geht das sag ich jetzt einfach mal so dafür sind die ganze Baumstellen damit er nach unten geflogen weiter Alter mein Typ hat ganz schön viel Ausdauer der hat 299 willkommen der Saranea Lampenheim Lampenheim yes ja das ist die Lampe die ich gerade da hingestellt habe ja gut Lampenheim meine Typ ja schön lag hier nicht nur irgendwo Holz rum? es ist auch ein bisschen ein Holz holz er hat nicht man jetzt wenn ich dann heute schon gießt ich habe schon alles aufgesammelt ich habe den zweiten Schlitten gefunden ich habe den zweiten Schlitten abholen ja wo ich will nur etwas essen, da haben wir ja keine Energie mehr zick dein Nachricht auch selber ja Mutti ich komm doch gleich jetzt geht's los, so als wenn ich nun auch wieder ich hab genügend, äh ich brauche wieder nur ich du könntest eher mein Vater sein als ich deine Mutter er war schon ganz schön heftig jetzt mal auf die Bank setzen jetzt ist es vor der Zeiten erst mal ein Snickers ja besser 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 mhm oh ähm 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 scheiße jetzt bin ich eingesperrt nein ah scheiße ich glaub verdursten werden wir hier nicht Alter jetzt bin ich im Gefängnis hin nein es Alter ist Mist hm weil der ist ja genauso schlecht wie Alter müssen das ich noch mal neu neu bauen ich bin dir von den Schlitz reingefallen den Schlitz den Schlitz ja ich kann mal nicht mehr raus der Schlitz ist echt scheiße ne ja ja ich glaub wir sollten noch eine mittlere Plattform dazwischen stellen ja ja warum hab ich denn so wenig zu tun ja ja sieh schon wie auch gut ja wie mein Typ eigentlich war noch 150 Klob ne ich mach das von da oben wenn ich niemals brauchen kann ich gleichzeitig speichern gehen mhm viel Spaß da unten ja ich ich ey das hier hast du so gebaut ja ja ich ich ey ah wenn wir jetzt eins zum Ding wegmachen ob das dann noch ob das dann noch steht ob das alles dann zusammenbricht ey ich hoffe doch nicht aber eigentlich müsste man doch hier durchkriechen können ob sie das noch einführen das wär geil wodurch immer hier zu ähm du bist auch unterdrücken ja ich bin reingefallen verdient aber warte du kannst versuchen das Ding jetzt in der Mitte zu bauen dass man da durchlaufen kann wir schieben dir einfach mal das Holz zu ja schieben sie ihm immer hin also spring Jungs die Nudel da drin braucht Holz hallo Nudel kann ich einfach falsch an hier du kriegst ein Body oh oh danke oh der fliegt mir nicht rüber na du hast mein oh der zerstöckel den mal mach mal die Hackschnitzeln Pfff hab ich noch Dynamit ne Dynamit war aber hier vorne in der Bode ne ich muss mal durchlaufen ja attacke du Reh komm mal her bleib doch hier dieser Baum wird auch sterben alter alter das ist ein Witz wusstet ihr das Rehe das Rehe einfach durch den Zaun laufen können auch nur durch ne ja das können sie das finde ich unfair übrigens hier ist ne Höhle Baum fällt bang hier ist ne Höhle hier fehlt ein Stück Mauer wie viel Holz brauchst du für das Ding? weiß vielleicht so viel ähm für 15 15 ja gut erinnert sich auch andere Sachen dann hab irgendwie hab ich so Camouflage jetzt an ja woher kein Camouflage oh ja vom Baum wie lange wollen wir spielen? bis 10? bis halb 11? 5 nicht zu lang morgen das ist gut da bin ich ganz deiner Meinung also ich mein das ist mir schwer egal ob ich im Unterricht einpensel bin ja ich muss auch schon ich muss morgen arbeiten man kann das doch ausfassen aber boah ey ich war gestern einfach heute morgen einfach schon so im Arsch ne ich war morgen topfit hab gestern einfach noch das RCS Finale gesehen bis irgendwie 2 Uhr oder so Gott da hab ich geschlafen wie ein Stein ja ich nicht heute schon um 6 Uhr hab schon gesägt in der Nacht da Summe ist ich muss schon wieder leise sein 6 Uhr morgens ist einfach nicht meine Zeit ja ich weiß das ist meine Zeit also halb 4 halb 5 boah ne da war ich nicht da war ich nicht da war ich nicht da stehe ich dann halt gerade auf wenn ich mach nicht da ist das schon also wenn ich Ullaf habe ja vermirr�면 ich war eigentlich nur so um 10 wäre ich jetzt komm doch jetzt Baunfeld man kann bestimmt irgendwann auch mal durchkriechen ey da muss doch immer gehen ey Also hier im Flachland, äh, meine liebe Kathi, es sind andere Bedingungen. Außerdem, das ist doch kein wirklicher Sommer. Das ist drückender Sommer. Außerdem, wenn es dann so warm ist, dass man die ganze Zeit so einen Ventilator da im Gesicht hat, ist auch nicht gesund. So, Jungs, hier kommt Holz. Also ich habe mich mit Pappe auf der Arbeit, äh, erstmal eingewedelt. Also ich möchte jetzt nicht zweitulich denken, aber es war so abkühlen, es war so stickig. Kannst du dir hier das Holz irgendwie annehmen? Ähm, ja klar, oh, ja. Kannst du es annehmen? Ich kann das nicht da durchschieben. Kann ich das irgendwie so da... Holz geben kann er doch. Holz hat keine Flüssigkeit. Äh, ja, äh. Uh, ich habe Hunger. Sehr interessant. Einmal. Oh, ich bin fast tot. Okay, ich kann es auch hier anbauen. Ich lasse mal den Wagen da stehen, falls du es runternehmen kannst. Ja, sehr witzig. Ich habe noch einen zweiten Wagen, der vorstellt. Äh, ja, ich komme dran, geil. Wann kann ich jetzt hier Gartenhau... Äh. Bloo, da hinten, wo ich herkomme, liegt noch mehr Holz. Okay, ich mach mir auf. Oh, was gemein. Äh. Hallo? Äh. Oh, was... Boah, und... Äh. Ja, ich tue gerade was Nützliches. Wäre du es, du hast da... Ich kann da nicht rein. Oh, oder warte mal, was ist denn hier? Ist hier ein Glitch, gleich ein Glitch? Äh, hallo? Äh. Kann man dir helfen? Ich, ich... Äh, man... Hallo? Boah, ey. Äh. Ist schön da drin. Sascha, du musst irgendwas mit deinem Mikro machen. Das tötet Menschen. 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 So, besser? Ja, viel besser. Du knackst. Gut. Ich kn... Ey. Ey. Der war knackerig. Ich komm da nicht dran. So, ich guck mal, ob man da noch durchfallen kann. Und ich werde vorher speichern. Ich, ich... Ich komm da nicht dran. Dynamitkiste. Jawohl! Noch mehr Dynamit. Uh. Ich komm da nicht dran. Ey, das ist doch nicht mehr normal. Ich komm... Ey, fahr nicht dran. Ey. Wir werden einfach niemals Probleme mit irgendwie Snacks oder Trinken oder Medizin zu tun haben, weil hier die ganzen Dinger ganz neu respawnen. Die ganze Koffer. Ich komm da nicht dran. Mann. So episch. Also, jetzt kann man drüber laufen. Man bleibt zwar immer an den Ecken hängen, aber man kommt drüber. Ich kann... Achso, schon fertig geworden. Ja, super. Äh. Ich würde ja gerne speichern, aber hehehe, wie soll ich das machen? Wollte doch so eine kleine Mini-Hütte da unten. Ja. Toll. Hehehe. 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 Also, bei mir war nicht alles weg. Aber das kann natürlich von Falk zu verlaufen. Äh, Kathi laggt bei mir? Ja. Ja, bei mir auch. Ja. Stimmt, nehmt ihr Druck, happelt ihr wieder das Internet weg. Hehehe. Hehehe. Ich glaub ich hab ein Nein gehört. Hehehe. Hehehe. Vielleicht dein Lachen. Hehehe. Hehehe. Okay, und das war's mit Kathi? Ich hab ne Uhr gefunden. Oh, du kannst ne Zeitbombe bauen. Das ist cool. Wo ist denn meine Uhr hin? Wo ist denn meine Uhr hin? Wo ist denn meine Uhr hin? Ich hab jetzt begrabt. Ey, ich fies in... Ich würde echt gerne hier immer raus, aber... Äh, scheiße. Ach, da ist meine Uhr. So, ich hab jetzt in Time Bomb. Na, wir haben die Auskunft ausgerufen. Hä, jetzt in hier muss ich jetzt nicht speichern, na, hey. Hehehe. Kathi ist wieder online. Bist bestimmt den Router Weeponnect. Der, der, der ist trotzdem noch. Okay, vielleicht hat sie auch nicht den Router Weeponnect. Da, ach, du, ach, du nimmst den Router Weeponnect. Kathi, nimm den Drucker vom Netz! er hat gehört gar nicht auch guck mal Kaninkel wird er sein dass ich das nützt nix dann muss ich doch ich noch mal neu in der Klinik sein die dann ist aber dann ist das gespeichert doch das gespeichert darum nicht oder ist das kann nicht das ist ein ich hatte alle gespeichert von seiner aber ich habe noch nicht gespeichert war sie eben ich habe sie ich möchte in welch weitergegangen ist was wird gerne speichern ich möchte mal ist was machen wir doch wenig noch mal den Weg von vorne und das ist aber schon so groß dass ich mich da verlaufen ich meine das heißt jetzt nicht weil ich mich dauernd verlaufen aber ich will hier hinaus oder kann ich das so dreht reißen man muss doch realistisch da irgendwie durchkommen können und vielleicht auch aber du schaffst es einfach nicht kann mich mal wieder jemand einladen ja alles klar habe ich gespeichert jetzt war ich ja ich glaube ich muss die session nochmal neu schauen weil ich wie ich komme ja nicht raus dann seid ihr alle draußen ja warte dann muss ich noch im speichern weil ich habe nicht viel coolen stuff dabei ich weiß nicht ob das Ding dann auch dann da ist weil ich gleich schon so meine ich was die liebe Katja sie baut hat und ich sterbe doch unterscheiden wir einfach schwächern dann dann join ich habe jetzt schon dreimal gespeichert wenn ich jetzt schon wieder am Flugzeug vorne da kann ich nichts dafür garantiert ich bin gleich es ist ein bisschen gut wir sprechen sollte reichen ach wollen sie sich aussetzen dann mit einer anderen lagen mich immer noch ein okay ich bin aufgestanden bei der Militärstyp jetzt weiß ich was fehlt Musik jetzt ist der Main-Lenü alle nochmal einladen doch das ist nur wenn der wer runterlädt so krass und wenn du dann auch mal dran bist dann ist das ganze vorbei dann geht absolut nichts mehr und ich bin einladen ich war gerade nicht im Spiel drin als die Ecke ich habe hier auch so er hat mich eingeladen aber irgendwie war das er fällt wieder ich dann auch noch auf mich auch einladen du musst klar ich habe eine Einladung ich habe ich ein aber du letztendlich einfach mal wir haben wir haben und eine Katze das kommt schon jetzt 10 Uhr ein oh das war eine Frage aber du kriegst keine Antwort Continue jetzt bin ich sauer 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 Arti du hast eine Einladung bekommen ja ich weiß ich bin trotzdem sauer 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 ja das ist doch egal du kannst du musst ja nicht mitmachen ich bin trotzdem sauer wow denk an die Karte die ich dir überhaupt gebe ja hast du die nur äh wolltest du nicht dein ganzes Deck mitbringen was heißt ganzes Deck ich habe ich bringe nur die Karte deine Reste vom Feen Deck ja das Deck vom Licht Fee ja bringe ich einfach mal mit gut na guck ich was für Karten ich mir noch stirbitzen kann dann hast du das Team Deck komplett auseinander genommen oh ich bin oben gespawnt ich bin nicht durchgefallen easy ey ich bin oben gespawnt ey wer bist denn du na komm komm doch mal mit dem Katana zu mir hat der denn jetzt ne hat der nicht guck mal weil du der scheiß Host bist hat der das hier nicht gespeichert ja ich ich bin runter ich konnte ja warte mach mal ne 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 muss ich das neu machen ne wir sind noch weißt du wir müssen nochmal das ganze 20 Holz sammeln ok 100 Holz sind jetzt weg so dann kannst du da auch definitiv nicht mehr runter fallen sagst du jetzt ja das hat gerade funktioniert er konnte mal drüber laufen wenn das fertig ist ich versinke im Boden wo wisst ihr wie wir hier richtig leid das eigentlich da wollte scheiße oh man egal wenn Sascha das gespeichert hat was wir gebaut haben dann ist er ja so ich fäll jetzt auf einen Baum nach dem nächsten pass mal auf jetzt muss ich mal Dynamite warte ich geh einmal kurz raus und dann meine ganze Arbeit gerade umsonst ach scherzelein sonst kriegen wir alle hier hin wo ist Dynamite wo haben wir es denn ach man wieso bin ich jetzt hier unten ey klatscht nicht hier raus wer hat ein Bein da aufgehangen ok wer auch immer ein Bein aufhängt als Deko nein nicht als Deko sondern für Trockenfleisch woher hast du denn mit hier hängt ein Bein auf dem Ding für Trockenfleisch äh Trockenfleisch kriege ich den Stein krieg ich dich so ich gehe mal 4 Milliarden Bäume fällen nein 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 hu das war knapp Wolltest du mich nicht gesündschaft leisten nein ich wollte eigentlich was zu essen machen soo genau ich stecke einmal oh 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 hoho oooh der läuft der zack ich hab ne F und kriechen Ähm, können wir gleich mal bitte zu irgendeinem blöden Zeitplatz marschieren, wo es Töpfe gibt oder so? Hm. Ich habe einen Vogel getötet. Hm? Ich habe einen Vogel getötet. Weil wir brauchen unbedingt, äh, Tree Saplings. Und deinen Hass gegen... ...gegen Vögel. Wir haben Vögel, die können auch nichts dafür, dass du die hast. Ich dachte nur, hör da ist irgendwas, schwarz ist erstmal draufstehen, auf einmal war der Vogelswort. Okay, die Diskussion möchte ich jetzt nicht weiterführen. Warum? Da, da hast du getan was.